Wir befinden uns am Lochholz 40a, Erdgeschosswohnung, zwei Zimmerwohnung, 60 Quadratmeter reine Wohnfläche, zuzüglich einer 20 Quadratmeter Terrasse. Wir kommen hier rein im Erdgeschoss. Hier ist das Schlafzimmer mit zwei Fenstern und Jalousie, Platz für einen großen Schrank und ein Doppelbett. Hier ist ein großer Flur, von dem alle Räume abgehen. Zunächst hier das Badezimmer, ebenfalls mit Fenster. Hier ist eine Wanne mit Abtrennwand. Hier geht es zum Wohnzimmer. Ein recht großer Raum mit großer Sitzlandschaft, die ist hier möglich. Hier im konkreten Fall noch mit Esstisch. Einer großen Küche. Die Küche ist Eigentum der Mieterinnen und Wirt entfernt. Also die Wohnung wird ohne Küche vermietet. Die Küche hat auch hier nochmal ein großes Fenster. Hier geht es auf die Terrasse mit eigenem Grundstücksanteil. Das ist hier uneinsehbar. Keine direkten Nachbarn hier. Schöne Wiese und 20 Quadratmeter Steinterrasse. Oben überdacht mit Loggia. Hier geht es auch noch weiter. Das gehört auch noch individuell zu dieser Wohnung. Die Terrasse ist umlaufend. Hier auch noch mit einem Gartenhaus und eigenem Zugang vorne. Das Gartenhaus ist allerdings morsch und wird entfernt. Das gehört auch der Mieterin. Die Wohnung wird nach Auszug der Mieterin komplett renoviert. Das heißt, es wird ein neuer Boden eingelegt. Und zwar Eiche. Und sämtliche Wände werden gestrichen. Die Wohnung wird aber in jedem Fall ohne Einbauküche vermietet. Das war es zu der Wohnung. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.